Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stopp! Du bist verhaftet! Anhalten! Klauen ist verbunden! Ja, er hat versucht abzuhauen, aber ich war viel schneller als er. Soll ich noch etwas anderes für dich bewachen? Gut, wir sehen uns nachher. Ich bin der beste Polizist, den es gibt. ARD Text im Auftrag von Funk Das war's für heute. Nicht eintreten. Es läuft ein Experiment. Jetzt füttere ich mein Baby, jetzt füttere ich mein Baby, jetzt füttere ich mein Baby. Dann wird es groß und stark. Oh, du mein liebes kleines Baby. Ist Babys Bauch jetzt wieder gar nicht ganz voll? Und ist mein süßes Baby nun auch schon ein klein wenig größer geworden? Gut, dann werden wir das sofort überprüfen. Bär, ich will kontrollieren, ob das Baby gewachsen ist. Bär! Bär, 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 du wirst nie da, wenn ich dich brauche. Bär, ups. Weißt du, ich habe keine Ahnung, ob mein Baby gewachsen ist. Größer geworden, größer geworden, größer geworden, größer geworden, größer geworden, größer geworden. Bär! Wir haben vergessen zu messen, ob ich auch gewachsen bin. Soll das heißen, dass ich gar nicht gewachsen bin? Hm. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Großwerdetrank? Oh, okay. Ah! 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 Hilfe! Ich explodiere! Ah! Ah! Bär! Ich glaube, ich bin ein bisschen fehl gewachsen. Aus Versehen. Du bist so gemein. Ich kann dich nicht leiden. Verschwinde. Du hast dir nichts zu suchen. Was wird mit mir? Du musst mir helfen. Ich kann dich nicht raus. Ich bin ein Eingang für mich. Er ist ein Eingang für den Eingang. Wieso seid ihr denn alle so groß? Wieso werde ich denn immer größer und größer? Na toll, ich mag es überhaupt nicht so groß zu sein. Sagt mal, bin ich wieder so groß wie vorher? Am besten, wir werden das gleich mal überprüfen. Jep, es ist toll, endlich wieder klein zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Schüttel-Rüttel-Würfel-Fallt. Was ist da los? Ach nein, du willst also schummeln, wenn ich dich nicht im Auge hab. Ich lass mich von dir nicht reinlegen. Alles deine Schuld, du dummer Hase. Wie spielen wir denn nun weiter? Nein, warte, lass mich mal versuchen. Ich weiß, wir nehmen sie mit zum Bären. Der kann es bestimmt wieder ganz machen. Herr, bist du zu Hause? Oh, er ist nicht da. Komm los, wir suchen das passende Werkzeug im Schuppen. Na sowas. Was ist das für ein schöner Tisch? Wo bist du denn gewesen? Komm mal rauf hier schnell. Ta-da. Pass auf, es ist wirklich ganz einfach. Gehen wir. Wir können unser Spiel zu Ende spielen. Dann bringen wir sie zurück und keiner wird irgendwas merken. Ja. Ja. Na sowas. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Klappe, Rappel, kein Gezappel. Das war's für heute. Klappe, Rappel, kein Gezappel. 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 Rappel, kein Gezappel. Klappe, 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 Rappel, kein Gezappel. Bär! Halt! Wo willst du denn hin? Haha! Mh... Bär! Das gibt's doch nicht! Das darf nicht wahr sein! Hey! Ah! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hör auf! Das ist nicht mehr witzig! Du musst zum Arzt! Du brauchst dringend einen Arzt! Macht ihr frei! Jetzt? Wo ein Schwerkanker euch braucht? Äh... Ah! 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 Juhu! Ah! 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 Alles wieder gut? Sag uns, wer du bist! Komm, sprich! Ah! 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 Das Spiel läuft. Wir sind gespannt. Es geht zu alles. Der Ballbesitzung gewinnt die ersten zwei Kämpfe. Was für eine tolle Flanke. Unsere Jungs nähern sich jetzt dem gegnerischen Tor. Und Schuss! Aber der Ballprall vom Fuß eines Abwehrspielers direkt in die Hände des Torwarts. Es geht weiter. Guten Tag, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen zu unserem Gesundheitsjournal. Heute beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Methoden, Stress abzubauen. Was ist Stress? Wir beginnen mit ein paar ganz einfachen Entspannungstechniken, die bereits innerhalb von 10 Minuten eine wohltuende Wirkung zeigen. Setzen Sie sich bequem in einen Sessel oder legen Sie sich auf Ihr Sofa. Schlagen Sie nicht die Beine übereinander und atmen Sie ganz ruhig. Oder Sie gönnen sich eine Tasse herrlichen Kräutertee. Während Sie ihn genießen, lassen Sie alle belastenden Gedanken wie Wolken vorüberziehen. Sie können sich auch ein warmes Bad bereiten. Und während Sie darin liegen, machen Sie folgende Atemübung. Atmen Sie bei geschlossenem Mund tief durch die Nase ein. Tauchen Sie dann die untere Gesichtshälfte ins Wasser und atmen Sie langsam durch die Nase wieder aus. All diese einfachen Techniken sind kein Allheimmittel. Sie lösen nicht Ihre Problemschuldung. Ist mir egal. Aber Sie helfen Ihnen schnell zur Ruhe zu kommen. Je entspannter Sie sind, desto leichter wird es Ihnen fallen Lösungsmöglichkeiten. Oh, hübsches Handy. Und Sorgen zu finden. Gib her, gib her, gib her. Ui. In den Wald soll ich gehen? Und der böse Wolf? Probe-Alarm. Ui. Dann gehen wir jetzt spazieren. Oh ja, oh ja. Da muss uns der Bär sofort helfen. Mhm. Bitte. Oh, wow. Oh ja, oh ja. Da! Es rückt zur zweiten Halbzeit. Die gegnerische Mannschaft ist mit vor den Spielern, der nach einem Faul am Ende der ersten Halbzeit rot gesehen hat. Keine Auswechslung in den beiden Teams. Es kann losgehen. Keine Panik. Ich rufe den Bären an. Der erklärt das. Nur noch eine Minute, dann ist auch die Nachspielzeit rum. Ich versuch's noch mal. Leider geht er vorbei. Dann muss ich es noch mal versuchen. Er hebelt die gegnerische Verteidigung aus. Ich bin sicher, der Bär wird gleich ans Telefon gehen. Superflanke! Der Ball fliegt aufs Tor zu! Jetzt müssen wir... ...wegrennen! 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 Da bist du ja endlich! ...wegrennen! 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 ...wegrennen!